Er hat sich im Verlauf des Rennens gesteigert, und das wird jetzt wichtig. Die ersten Meter gehören den Griechen mit seinem Lachgas-Bike auf der zweiten Strittenhälfte. Kann Markus Lauer jetzt nochmal aufholen, aber es reicht nicht gegen die Säume. Wenn wir uns jetzt sehen, ob er den Griechen auf der Strecke besiegen kann, es gelingt die Mute. Beifang Tutu, noch bessere Qualifikationszeiten. Fährt eine 6.8, aber auch... ...dass es sein, ob ein Eindertz in den Griechen auf der Auffassung. Die Füllenkanal, der Griechenbräume, der Griechenbräume, der Griechenbräume. Der Griechenbräume, der Griechenbräume, der Griechenbräume, der Griechenbräume, der Griechenbräume auf. Er hat die Avengers gegen Frankland, der Griechenbräume überrascht. Er hat einen Drieb-Junsch mit zwei Relees, die er eigentlichermaßen gut unter Kontrolle gehabt hat. Die G-Accounts hat gesagt, dass es bei den E-Bundentreg sla spornt wird. Der Griechenbräume, der Griechenbräume, der Griechenbräume, der Griechenbräume, der Griechenbräume, der Griechenbräume, der Griechenbräume ist relativ stark. Zwei Dodge-Jewel-Lights mit Vierzylinder-Klinik-Fotokompressor beenden diese Qualifying-Session. Schneller als in der Quasi-Fotokompressor. Zwei Dodge-Jewel-Lights mit Vierzehntel-Reaktionszeit. Zwei Dodge-Jewel-Lights mit Vierzehntel-Reaktionszeit. Robinslund gewinnt mit der 7.03. Die ist die Jahre einigermaßen zu unserer Kontrolle gehabt hat. Und mit der Griechen. Das ist die Maß. Zwei Dodge-Jewel-Lights mit Vierzehntel-Reaktionszeit. Für die Richtung fällt ein Frühstars, die rote Lampe auf den Weg. Und die Vierzehntel-Reaktionszeit. Fährt eine 6.8, aber auf der Strecke wird er von 8.1. Die Vierzehntel-Reaktionszeit. Der Strecke ist in der Welt. Und der Strecke ist in der Strecke. Und der liegt auf der Führung. Gewinnt mit einer 7.03. Und der Strecke ist in der Strecke. Schon wieder eine 6.0. Jetzt ist es eben nicht der Potenzial, sondern du musst es über die 4 und 2 Meter bringen. Und am Ende geht der Sieg durch den Osnabr. Und am Ende geht der Sieg durch den Osnabr. Lenn muss hier kaum die Richtung korrigieren und kann voll am Gas bleiben. Und am Ende geht der Sieg durch den Osnabr. Und am Ende geht der Sieg durch den Osnabr. Aber Alex Hoekholz ist weit nach vorne und geht durch mit dem 7.32. Schön und konsistent. So ist es da. Wir kommen jetzt mit dem Osnabr. Und am Ende geht es um geht. Oder am Ende geht es um ein E-R-S-Rock. Ich bin gerade gleich zwei Meter. Und jetzt haben wir die Schuss durch den Osnabr... Sie sind gekommen. ... in die Welt gehen. Am Start lag Steward Crane noch vorne, aber nach 15 Metern ist der... ...Von den Berg wundert sich, warum seid Bikes? Der Berg ist heute schon in die 6er Zeit bereit gefahren, der 1-4 Warp-Speed Racing macht's schon. Der Berg ist weg, und das ist die Riesmann mit dem 7-on-track-before. Den auf Kanervoll durchziehen. 777-1 für Karl-Heinz, going back in the right direction. Der Berg ist auf dem Berg, der in der Sopoli, der in der Sopoli, der in der Sopoli. Der Berg war... ... und der Berg ist auch schön. Oh, da war ich schön, da war ich.